Bereits während seines Studiums interessierte sich Timo Ehlend für das Thema Digitalisierung. In seiner Abschlussarbeit und später in seiner Tätigkeit als Ingenieur beschäftigte er sich intensiv mit der Frage, wie mittelständische Unternehmen stärker von den Chancen der Digitalisierung profitieren können. Viele KMUs verfügen über einen funktionsfähigen, aber dennoch älteren Maschinenpark. Eine Digitalisierung stellt eine große Herausforderung dar. Die Beschaffung neuer Maschinen ist dagegen nicht immer wirtschaftlich. Die Nachrüstung solcher Anlagen mit moderner Sensorik und Software zur Datenauswertung gelingt bisher nur mit massiven Eingriffen in den Fertigungsprozess und hohen Investitionskosten. Mit seinem Teampartner, dem Industriekaufmann Dean Roberts, entwickelte Timo Ehlend eine anwenderfreundliche Lösung. Das Ergebnis ist ein neuartiges Messsystem, das schon zum Patent angemeldet wurde. Maschibo heißt das Konzept, das ältere Maschinen mit geringem Aufwand zukunftsfähig macht. Durch ein Sensorsystem werden Daten erfasst und verarbeitet. Die Installation der Sensorik kann vom Kunden selbst innerhalb von Minuten durchgeführt werden. Nach der Installation des Messsystems werden die aufgenommenen Daten verschlüsselt an einen Server übermittelt. Maschibo wertet sie aus und liefert Informationen über gefertigte Teile, Fertigungsqualität sowie Werkzeug- und Motorenzustand. Die generierten Daten können zur echtzeitnahen Planung und Steuerung von Produktionsprozessen genutzt werden. Dadurch lassen sich Durchlaufzeiten, Kapazitätsauslastung sowie Fertigungsqualitäten in Unternehmen signifikant verbessern. In einer Kooperation mit der Leuphaner Universität wird dieses Konzept weiterentwickelt. Maschibo soll zunächst in kleinere und mittlere Unternehmen der Maschinenbaubranche eingeführt werden. Allein in Deutschland umfasst dieser Bereich über 5.600 Unternehmen. Durch weltweit einsetzbare Mobilfunktechnologie eröffnet sich für das Messsystem ein globaler Markt. Das Geschäftsmodell besteht aus der Vermietung der Sensorsysteme in Verbindung mit der datenbasierten Erstellung von Prognosen, Benchmarks und der Ableitung von Handlungsempfehlungen. Weitere Einnahmen sollen zukünftig durch die Datenanalysen für Hersteller von Werkzeugen sowie einer Webplattform zur Vermittlung freier Fertigungskapazitäten generiert werden. Herzlichen Glückwunsch an Timo Elend und Dean Roberts zum Leuphaner Ideenpreis 2020!